einmal um den park ja so hier hinten da kann es machen weil man wird das wahrscheinlich riesengroß bauen können dafür brauche ich aber eins nicht da meine eltern stellen jetzt noch einmal raus hier rein dann mache ich den platz nicht frei natürlich für morgen aber wenn man es hier hat früher machen können also ich muss gleich auch noch kükenwänden also bisher sind es nur eier dann ist es aber trotzdem faktisch gesehen kükenwänden was ist das denn ich bin herzlos ne ja hier hinten war mal ein weg oder alles in ordnung alle zurück alle zurück alle wieder rein back to the future jetzt muss ich es erstmal testen ja super was kannst du eigentlich aber heute hat sich unser geldprofil ganz schön gewendet ne pass auf das sind böse staubsachen und ich bin eh schon allergisch auf irgendwas wird eben sag ich aus wie so ein sohn krankheitsempfänger fummel der so die ganzen krank ist mit der ganze amma gerade im rot hast du gar nicht mitbekommen habe ich ja gar nicht gezeigt guck mal direkt alle wieder drauf die ist so perfekt diese bahn die bäume wiegen sich im wind schön und sie wiegen sich noch mehr wenn und mit der kettensäge anschneidest okay die gokart waren hier so rein hat er hier so um die ecke kommen wieder dann hier erhalten kann es wird hinter einem einer stehen da müssen wir jetzt aufpassen ob wir da nicht zu nah ran kommen aber ich möchte halt eigentlich die vereinen hier also hier ist das eigentlich ja das weiß ich natürlich das ist alles frage ich habe gesehen der vogel ja kennst du das essen für vögel lasst uns jemanden fragen der cleverer ist als wir okay was ist hirse hilfe brauchen wir wirklich also jetzt noch mal was ist hirse haben das gehört hoffentlich so kommen jetzt haben wir jetzt zur familie der süßgräser so würde ich sagen ja alter wie geil noch mit engstelle und schicka alter da haben sie sich aber was einfallen lassen als frühlingsupdate so erstmal kräftig gas geben das muss hier hallo ach so ich bin noch im objekt drin haben sich aber wirklich ordentlich was einfallen lassen so man kann auch hoch bauen so erstmal kräftig gas geben oder so engstelle hoffentlich asozial hier muss man dann schon fahren wenn hier müssen wir natürlich nach der park rum umbauen ja das kräftig unterstützt einen auch ganz gut beim bauen ich wollte eigentlich einmal ganz um den park wir können jetzt nachher zwei bauen den einen auf die andere auf die einen und die andere auf die andere seite man könnte die auch gleichzeitig losfahrten ne das machen wir hier nicht ich überlege gerade was kann man den können auch den hier machen bisschen was hoch wie hoch sind wir denn nochmal drüber kreuzen lassen das erinnert mich ein bisschen an das guckert ding wie niedrig ist das denn alter guckert ding in das ist böse ja aber das ist leider nur so ja keine ahnung nie drauf gewesen ne wir waren am familientag da als es so geregnet hat da hab ich da die ganze zeit drauf gefahren da hat eine fahrt zwei euro gekostet der hat dann fahren lassen war ja keine sau da du hast ja lieber dein fahrgeschäft laufen als nicht ne der hat da rollen lassen so hier durch die botanik 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 egal wohin aber feste muss er sein oh komm bitte ach fick tschuldigung das ist doch mal interessante interessante kartbahn oder hier ist aber lange nichts mehr passiert kann man hier ne leider nicht äh da bauen schädchen gebaut ich würde hier ein bauen so neu bauen und so kannst du unten drin noch äh schikanen schikanenende so jetzt sind wir aber weit raus hier ne gefällt mir nicht warte durchbricht gelände ja das sollst du warte wir müssen da rein wenn wir das hier nämlich aufbrechen sieht man er hat einen ganz ganz bösen kanal gebaut und das das wollen wir nicht nein sagt der Kali also mit der Kali schmähn den anderen Kali so jetzt mal da wieder auch böse unterirdisch so ja wenn du jetzt richtig böse bist dann brauchst du das unterirdisch mit Schikanen naja äh Schikane so Schikanenende abknicken und du musst auf irgendwann wieder hoch Engstelle ja hier will ich wieder hoch das Schöne ist hier können wir nachher so drüber bauen so und jetzt drehen wir schon mal hoch wie du siehst mit so nem Hubbel noch dran wie geil kommst du raus wo hm so und jetzt eigentlich nur wieder sollen wir hier ganz viel Schikane machen äh Schikane Ende kann man so lassen oder? ja das nenn ich mal warte mal kann man noch Station mehr Station ist natürlich mehr besser ne? was hast du dazu? da nein nicht bauen äh was für eine Station haben wir hier ja was ist denn das? was wollen wir denn? so obwohl guck mal das werden aber nicht mehr ne? nicht wirklich ne dann lass was so sehr gut alter cool das ist doch mal ne ordentliche Kartbahn kann man so sagen oh mein Gott ist das cool ich seh schon dass da jetzt 5 Milliarden Triaden Leute hin wollen äh wo sitzt man denn hier? Achso ähm erinnere das doch nochmal so jetzt müsste es eigentlich passen äh Eingang willst du? ne kannst du ich würde dich hier nicht benachteiligen nö dann kann man den Ausgang nämlich direkt hier mit dran machen ich gehe mal davon aus dass die ein bisschen was viel Anlauf haben ich weiß nicht muss man das ach ich glaube das ist einfach ach auf Geschwindigkeit wird das bewertet das mit dem Holz sieht auch cool aus das passt voll dazu also finde ich also finde ich findest du finde ich Holz ich und mein Holz Holz Kölscher Holz Holz so äh wie äh pass auf ach das ist ein Eingang ja weil es alle zurück liefen ja weil es alle zurück liefen ähm nimm doch den Boden in schwarz hm meinst du meinst du äh warte hä Weg nein oder was so ja achso du meintest jetzt den Weg hier in schwarz oder 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 der da dachte wäre das so ähnlich aber das ist Fliese ja habe ich dann auch gesehen aber schwarz als Rennfläche ist ja eigentlich ja nicht so schlecht ne eigentlich nicht eigentlich nicht man merkt dass wir beide aus Köln kommen ne ne ja nicht 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 ja wo haben wir das da eigentlich dran gemacht ähm das da ist ähm soll ich die mal ein bisschen was verändern dass das hier was besser passt weil das ist keine gute Idee wenn ich hier rauskomme und die rein wolle die müssen wir irgendwo dahinten dahinne ja mach du mal müssen wir mal dahin dran machen mach du wie du meinst dahinne immer nur dahinne ich trink noch was bitte ich trink noch was ja dann trink doch schätzt rein die Tanne hier muss weg und hier ist keine Tanne Skintan ist das wieder ne Akazie ne Akazie ne das sind die WDR-Arkaden oh da gibt es in Köln ne einen mega geilen Rewe in der Nähe in der Nähe ist das überhaupt in der Nähe von WDR? der müsste eigentlich in der Nähe von WDR sein ach wie auch immer in Köln gibt es der WDR ist mittendrin das weißt du ne? ja der WDR der ist mittendrin in der Scheiße mittendrin in der Scheiße da wo das Haus mit dem Mauslogo drauf ist ja da sind die WDR-Arkaden ja sag ich doch ja sagst du doch da in der Nähe ist ähm ein Rewe der ist mega geil ist er da? ja das ist ja gut oh scheiße da kannst du nämlich oben vernünftiges Essen drin kaufen da kannst du in jedem Rewe da gibt es Leberkäse in den meisten Rewe nein ich mein äh so super trendy fasches neues Essen klingt irgendwie ungesund nein eben nicht ja das gibt's doch nicht so tschüsschen bis zum nächsten Schwimmen ja ja tschüss 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 guckst du mal wieder rein ne? schätzt rein kannst du trinken? nee Puppe, Karte, danse dat kannst du uns jedet jod wir mach uns die Welt jod so wie sie uns gefällt uns jedet jod jod wir mach uns die Welt jod so wie sie uns gefällt ach leck mich doch, Alter, hier am Arsch nö Anus uh lalala da war ja mal Ha da ja da war ja mal ja da war ja ja da war ja mal Ha uh lalala da war ja mal Ha da da war ja mal Ha da da war ja mal Ha da ja da war ja mal ja da war ja ja da war ja mal Ha just a little bit uh confused lalala da war ja mal Ha da da war ja mal Ha da baum ne pappel 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 Jetzt muss das da ran. Hoch. Kampfmittelgetreu hier, das Zeug. Hoch. Runter, runter, hoch. Was blockiert denn hier? Was ist denn da bitte zu nah dran, hä? Arschloch. Der Baum. Der Baum. Das ist die Wurst. Oder die Milch. Könnte da der Milch liegen. Ich glaube, das liegt mehr am Baum. An der Baum, an der Böhmchen. Yo. Nee, ich habe es. Ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Baby, ich habe es. Nein, Fick. Ja, ich sehe es, wie du das hast. Hass. 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 Ich habe es. Wie du das hast? Ich habe es. Das ist doch sowas von egal. Das ist aber auch spannend hier. Eingang, Ausgang, Ausgang, Eingang. Ausgang. Ausgang. Gut, da starte mal die Go-Kart-Bahn. Aus. Puff, auf. Okay. Ach, die wollen alle hier rein. Hier ist der Egen-Yang. Was wollen die denn, Prof? Da hast du noch ja nicht aufgemacht. Opiumat. Opiumat. Göttlich. 637 Meter. Das ist aber ordentlich. Über einen halben Kilometer. Ja. Scheiße. Wir kriegen die Leute nicht durch. Das sind vor allem alles Einsitzer. Bitte, geht weg. Geht weg. Geh mir um Pass. Scheiße. 40? Dann gehen sie aber weg. Guck. Okay, 20. Stellen sie sich wieder an. Ach, die Scheiße. Mach mal nur eine Runde draus. Wie lange fahren die denn? Anzahl der Runden. Eine. Ich kann auch die Anzahl der Wagen leider nicht höher setzen. Beliebige Besetzung. Obwohl, nee. Voll besetzt. Die beiden aus. Maximum 10 Sekunden. Das heißt, das muss jetzt so schnell wie möglich. Ach, pass auf. Während die jetzt hier Dingens machen. Äh. Muss leider bei solchen Fahrgeschäften. Sonst, äh. Da fern wir doch unsere Premium Kunden. Obwohl der gleich auch voll sein wird. Als Überholspur. Ich muss jetzt eigentlich gerade frei aus der Hand hier rumdrehen. Äh. Hallo. Ups. Öffnen. P. Macht die Leertaste eigentlich irgendwas? Warte mal. Ich muss da mal gerade was einstellen. Steuerung. Äh. Nehmen. Kamera-Schwenk. Simulationsgeschwindigkeit ändern. Ne, das wollte ich ja nicht. Schönen. La, 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 la. La, 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 la. Wär echt nicht schön singen. La, 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 la. La, 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 la. Leertaste. So bin ich das gewohnt. Mit der Leertaste Pause machen. Von City Skylines. Cities Emotion. Okay. Ist angenehmer. Wenn der irgendwas machen muss, einfach Leertaste hinten. Alter Scheiße. Es sind nicht mehr so viele La- Warte. Okay. Ich hab ja zwölf Euro eingestellt, ne? Zwanzig? Ne, zwanzig. Warte mal. Du hast zwanzig Euro eingestellt. Ich glaube, das ist so eine perfekte Bahn. Hiermit. Ich glaube, wir haben nur vielen den Spaß verdorben, weil es teurer geworden ist. Aber das ist mir eigentlich egal. So, und jetzt wollen wir natürlich auch... Übrigens, apropos...